Moin, hallo, herzlich willkommen, Mahlzeit, Matze wieder am Start, mit heute COD, Geballer vom Feinsten, wer sich wundert, warum hier Russenmusik gespielt wird, steh auf den Scheiß, ne, keine Ahnung, hab's irgendwann mal gefunden und jetzt lass ich's halt so ein bisschen rumdudeln, irgendwie, am Leben, deine Mutter, Junge. Oh, stimmt ja, ich wollte gerade das Magazin wechseln, aber das brauch ich nicht machen. Scheiße, jetzt hab ich auch sehen, dass Munition rausgeballert, 21 Schuss hab ich noch drin, hab extra das 45er reingepackt. Oh, 10 Schuss noch. Japp, jetzt hat nichts Magazin wechseln. Ja, Chef gehört ins Cockpit, so sieht's aus, Leute. Ich schieße die Kekspresse weg. Das war knapp. Was hätte ich's vor... Verkalkt, ja. Ich hänge fest. Ups, scheiße, ich wollte gerade weg. Oh, da hab ich... Oh, ich hab gerade das Licht gesehen. Geh nicht ins Licht, Matze. Geh nicht ins... Alter, wie sprichst denn du? Bist du so ein Roboter? So, noch einen, noch einen, noch einen, bitte! Ja, 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 ja. Ihr seid meine Zeugen. Es waren drei... Dreimal drei Kills. Ich schweiß mich mal hier rein. Boah! Die haben einen Trick mit dem Cockpit durchgeschaut, diese Arschlöcher. Warte mal, ich muss ja hier... Stimmt ja, ich muss ja hier was platzieren, oder man? Was ist denn da? Streuminen, Kuh. Alter, die geht ja gleich hoch. Was ist denn das für ein Müll? Ralapeños. Weg hier. Alter, da ist ein Sniper am Start. Ja, das Sniper klotzt schon wieder. Mist! Nein, nein, meine Kanade... Meine Kanade bringt mich wieder um. Schmeiß doch nur! Oh, mit der letzten Puller, Junge. Ja, Junge, die haben wir haushoch abgefettet. Ah, 19 Kills. Aber, leck mich. Aber, jetzt müsste ich eigentlich Gold haben. Erste Runde war jetzt eine 1-7-3, ist okay. Lass mal sehen, jetzt hier. Sie sind nicht da. Das habe ich gestern schon mal festgestellt. Es zählt einfach nicht. Hä? Jetzt war das alles umsonst. Ah. Ah, kalt. Kalter Kaffee, geil. Ich dachte mir, okay. Matze ist ja manchmal ein bisschen wirr und hat gedacht, okay, vielleicht hast du ja doch zwischendurch mal das Magazin gewechselt. Aber, jetzt haben wir definitiv nicht das Magazin gewechselt. Ihr, die ihr mir nicht zuschaut, seid meine Zeugen. Mann, ich dachte schon. Scheiße, Mann, jetzt. Weil das Scheißspiel nicht verarscht anauern. Ich hatte meine drei, mal drei Kills schon. Mein schönes Wasser am Maul lief mir schon zusammen. Meine erste Goldbahnung. Alter, wo sind sie denn? Die hatten alle hier einen Buff. Okay, das war der dritte. Jetzt kann ich das Magazin wechseln. Das wechseln nicht mehr sparen können. Werfe eine Granate. Bin getroffen. Gebt dir Rückendeckung. Ja, aber jetzt habe ich so viel Munition. Ach, Mann. Oh, da hat sich einem reingeschlichen. Oh. Hab ich mich erschrocken. Leck mich am Arsch. Blöder Hund. Jetzt habe ich noch 13 Schuss. Ja, mit der letzten Kugel. Mehr Glück als verstanden. Ey, hoffentlich zählt diese Scheiße. Ey, meine Marke geplatzt hier. Nein. Weg, der Matze will nicht sterben. Huch. Beschuss. Was hat er da so gemacht? 1-1, vordere Aufklärung an. Uh. 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 So, noch einen. Granate. Ich dachte, wir hätten schon längst die Führung. Hab schon das Licht gesehen. Nein. Nein. Ach, jetzt kann ich ihn nochmal. So. 2-1. Weiß bei 1. Ich sterbe hier. Das waren jetzt... Das waren jetzt 3. Granate. Weiß bei eine Granate. Mist. So, aber jetzt haben wir wieder 3x3 gekillt. Mit einem Magazin. Jeweils. Nicht 9 Stück mit einem. Junge, Bad... Big Bad Mama. Bestätigt. Bestätigt. Und er ist eine Keksefresse weggeschossen. Verbündete Tonle online. Es bleiben noch 30 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Das hätte böse ausgehen können. Absolut. Stätig. Meine Marke. Ich war schon um die Ecke, Alter. Willst du mich verarschen? Das Matze. Jetzt bin ich gespannt. Also jetzt bin ich... Also wenn es jetzt wieder nicht zählt, dann dreh ich durch. Oder muss man das innerhalb von 5 Sekunden machen oder was? Ich verstehe es nicht. Lass sehen. Das Spiel will mich doch verarschen. Alter. Die wollen mich doch komplett verarschen. Das ist die Bass B. Das ist noch ein Name, Alter. Das nehme ich doch immer. Das ist das Ding, was ich immer nehme. Das kann doch alles nicht wahr sein. Das Spiel will mich doch komplett verarschen. Ich verstehe es nicht, Alter. Jetzt habe ich das schon 6 Mal hintereinander gemacht. Und das Scheißspiel checkt es einfach nicht. Das ist das Ding, Alter. 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 Vielen Dank.